Reborn, jetzt gehen wir. Okay, los geht's. War's eiskalt, hm? Ich hab, äh... Okay. Ich hab mir eiskalt 200 genommen. Ach, du bist ein Bastard, ey. Du kleiner Schieter, kannst du nicht ohne, was? Was? Ja, warte mal. Mhm. Oh. Uh, der war knapp, ey. Alter. Wo kommst du denn hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab mir noch gefilmt, wie gesagt, überlebt, ey. Ich hatte jemanden, wie gesagt. Wie süß. Oh, süß. Wie geht's? Oh! Oh! Ah. Ha. Ich wusste, einer von euch würde nichts über die Setten. Oh, come on. Oh, come on. Okay. Okay. Oh, Leute. Alter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Dann mach ich sie fertig. Ah. alter ich bin ganz seit hier du bist bei mir ah verpiss dich doch mal das ist mein gebiet hier ich hasse dich ok du bist ein heutiger abstauber es hat das ganze spiel auch nicht einmal ja o alter bing 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 nein das habe ich auch gedacht ich habe gerade auf dem weg zu starten und habe ich rechtzeitig geschafft mir kam noch ein monster pack dazwischen eieieiei holy f**k die monster geht weg das war da ist nicht das ist das ist okay du blöde abstauber Oh, das war's für dich. Hehehe. Oh, oh, oh. Das war's für mich. Puh! Was? Son of a bitch, Alter! Denkst du gewinnst? Oh, what? Oh, what? Äh... Scheint, ich kann nichts machen. Naja, mach dir mal. Ich hab mich zurück. Erinas macht das Spiel, glaub ich. Ich hab mal ab. Ohne mich. Ohne mich. Nicht mein Spiel. Diesmal nicht. Oh, fuck. Pass auf, fuck. Du hast eine gute Rücken gegen eine schlechte ausgetauscht. Ja, du kleiner Abstauber, du kleiner Abstauber. Naja, Eri. Okay. Pfff. Ah. Oop. Was? Oder, du kleiner Abstand. Ah. Na, Bring Six Mannschaft. Ich glaube nicht. Nein, noch nicht. Hm. Das ist ja merkwürdig, dass hier nichts am Laufen ist. Hat der Mutter nicht drüber nachgedacht, dass wir alle in der Mitte waren? Ich war nicht in der Mitte. Das ist wahr. No. 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 We look fabulous. So. Ich glaub der macht mich noch fertig. Oh. No. 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 Great. No. 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 3, 2, 1 Sagt der Richtige Ich kaufe mir am Anfang noch eine Axt da und die kann ich mir ja schon kaum mehr leisten Ne, nicht nur du Ich mach noch nicht mal was gutes für euch Wie bitte? Ja klar, willst du das bitte nochmal tun jetzt gleich? Nein Ich bin nicht für euch nicht, wir spielen gegeneinander hier Zympo Das ist so fucking scheiße Kraft ab, Kraft ab Tch Ja Jo Was? Alter Tja Was ein scheiß Gammler überall, ey Sorry, aber das ist Das ist ja völlig einfach Lucid vs. Halt Hier gibt's kein Fairplay Ich finde einfach immer noch nur, dass Chris und Chai kriegen werden sollte bei Damage dann Ja gut War ridiculous Ich schaffe es vielleicht nicht schnell genug zurück und Ich schaffe es vielleicht nicht schnell genug zurück und Und Uah Tch Tch Das ist bei der Burg, könnte er es schaffen? Ich glaube nicht Nein, nein, das schaffe ich ganz wirklich nicht Ja, hab ich ihm fast schon gedacht Ja, hab ich ihm fast schon gedacht Hm Hm Alle versuchen hier das, dass ich die besten Mobs zu bekommen Wir sind zwar zu zweit, oder? Ja, dann darf doch einfach rum Problem ist, keiner resettet jetzt Ne, schaffe ich auch nicht mehr Hehehe Hat gerade darüber nachgedacht Oh scheiße Irgendwie muss man einmal resettet Kann er sein Hm So ein bisschen 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 Aber wer resettet jetzt eigentlich ein Cleanble? Äh AmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMM JU! Ffff Ffff Wie hast du DAS denn noch hingekriegt, Alter? Wuhah, Junge Ich bin gut halt Ffff Die beiden jetzt hier oben, das weiß ich genau, wie die hier sitzen. Boah. Alter, boah. Son of a bitch, ey. Ich kann jetzt nicht mehr resetten, das muss ja. Wie kann man sich gegenseitig dir bitte helfen? Du hast so... Ich bin einfach nur hinausgezögert für dich. Nein. Ich habe nicht mehr resetten. Ich war hier das letzte Mal auch schon gehabt. Son of a bitch. Das war mir klar. Kann man sich jetzt... Wow. Das war jetzt mal erwartet. Weltenheit? Ich? Du? Sicher? Werden wir sehen jetzt. Ich glaube es nicht, ey. Ich glaube es nicht, ey. Son of a bitch, ey. Möchtet ihr gerne? Ja. Die Schlamp hat gewonnen, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Boah, Leute. Was geht? Wir spielen mit Runde... Äh... Half-Milisieber. Okay. Nein. Keine Pizza. Okay, was gibt's denn hier? Oh, sch... Ich weiß es, wie jetzt aber was so aus... Alter. Was ist passiert? Gut. 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 Gut.